Willkommen zum nächsten Video. In dem Video geht es jetzt hier um diese Fotoherausforderung. Um hier dieses Wandbild. Da muss man ja hier diesen 2013er Mercedes-Benz G65 AMG fotografieren. Und das Bild befindet sich hier auf der Karte. So, und da muss man ja auch nichts weitermachen als das Foto. So, und da gibt es einen Doppelhaken und Foto-Challenge geschafft. Genau, ja. Das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen oder einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal.